Drei Kameraden Am besten irgendwas lockeres. Wie habt ihr denn jetzt gestürmt? Was könnt ihr denn damit alles tun? Hallo, ich habe Glück. Freudei ohne so. Ja, Freudei. Freudei. Ich dachte, wenn man aufnehmen reicht das gar nicht, glaube ich. Das war ich, das war ich. Im Ordnungsberg. Das war ich. Und was soll ich. Das war ich. Das war ich. Das war ich. Das war ich. Woh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020